Herzlich Willkommen auf meinem Kanal, Marcel darf es erst mal und zwar, wir spielen heute ein neues Spiel und zwar Turb Öl. Viele kennt euch, von euch kennt ihr schon, weil Paluten hat es auch schon wieder gezockt, aber es ist ein relativ geiles Game, es war früher ein bisschen im Hype. Damals wir nickten, es hat Paluten wieder gezockt und ich dachte mir, ich habe es bei ihm gesehen und dachte mir, hm, das Spiel kann ich mal wieder mal zocken und ich sage, starten wir gleich rein, bis gleich. So, wir sind drin, wir spielen hier Einzelplayer, ich habe jetzt mal direkt einen Fehler gemacht, ich habe bestattet, ich wollte gleich die zu machen, aber einen Maulwurf reingehauen. Direkt mal die Wünsche, Routen, Träger, ganz ganz wichtig. Und falls ihr das kennt, doch wer nicht kennt, es geht darum, wir sind hier eine Organisation, die war das Öl, das Ölbord. Diese Typen hier suchen jetzt dieses Gebiet nach Öl ab. Lustigerweise, das ist auch in echt so, dass Leute mit diesen Wünsche Routen hier gucken. Wir tun halt damit, gucken, was denn da der Erde ist, ob das jetzt wirklich so geht, ist die andere Frage. Weil ich weiß, dass das so ist, dass das viele Leute so machen, dass das hier ein Aberglauber ist, kann ich jetzt nicht sagen, aber... Aber das ist so. Das machen einige... Also... Ja... Da weiß ich da kurz was Guter drüben. Gibt es mir doch... Ich will doch nur Öl. Gibt mir dieses gute Öl. Komm, 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 komm. Ich gebe da so... So. Hier will ich auch noch was. So. ich prob noch eins von diesem Bildschulrückendreher, damit die auch mal was finden bei uns hopp, ich hab das eben hopp, ich will keine Straßenhaut hopp, 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 hopp HIT so, das war ganz, das war ganz, ich meine nicht, dass man eine Strafe kriegt ich war zu hoch die Straßen sind relativ hoch hier immer in dem Spiel das ist genau das Ding jetzt wiegen ich mach doch den Typen warum fehlt mir keiner oh alles aufgarten oi 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 so, runde da, bohren so so oh, hier vorne gerade runter so oh oh warte, ich höre, der ist groß oh, da muss ja noch irgendwo was sein ich stehe noch mal niederlegen so hier war der Skinner hö oh wo 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 hier ist hier 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 wo 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 Hier findet er noch was. So. Kein, wo der was findet noch? So. Ich hatte eine Ahnung, wo er kommt. Also. So. So. Mehr Öl sammeln. ok das ist irgendwie die letzte Probe also in der Ruhr verlagern da wird's denn hier viel mehr mit der Sußen rauskriegen in der Klinik die Linie sicher wo OPP 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 er hat nur ein bisschen damit den Kuchen noch irgendwo einer sein kann ab meistens kenne das prinzip der ölsucht kampagnen so dass ihr die leute spüren bürgermeister werden müsste das hauptziel bei dem spiel meistens hauptsächlich ja jetzt geht es wieder dann ist heute nur um und das der zeitpunkt und dann müsste er zurück Ja genau So, so machen Nach dem Anzupfen So, so rüberziehen Oh Give me the money Give me the money 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 Give me the money Oh Give me the money I I I Die letzten Flick in Öl. Die letzten Schlückchen vom saftigen Erdöl. Sogar die ganze Dezenz sieht man die hier noch. Alles? So, das war's mit dem Klicks mit Tim und Tumel. Ich hoffe, es hat euch schon gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Jetzt würde ich mir auch über ein Abo, ein Like, einen Kommentar freuen. Schreibt gerne Kritik rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao Leute! Tschüss! Tschüss!